Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Gestern war es soweit, Apple hat endlich neue iPads vorgestellt. Anderthalb Jahre, fast zwei Jahre musste man darauf warten, jetzt sind sie da. Dünner, leichter, schneller, einige auch mit einem OLED-Display. Wir gehen das Ganze jetzt gleich der Reihe nach durch. Was wurde vorgestellt, was gab es an Informationen im Anschluss? Ich habe lustigerweise diesen Livestream, dieses Event, wobei es war ja nicht wirklich ein Event. Apple hatte ein vorproduziertes Video, dann haben sie auf Play gedrückt und dann konnte man das gucken. In Europa wurden einige Journalisten, glaube ich, nach London eingeladen und konnten da dann diesen Livestream zusammen gucken. Aber die konnten dann auch schon mit Geräten rumspielen. Ich selber war ja gestern Abend noch in Dubai, habe mich dann aber ruckzuck in eine Ecke verkrümelt und meine iPads bestellt. Dazu kommen wir auch gleich. Da habe ich dann auch nur gedacht, krass, nicht hier in der falschen Währung, aber die Preise, uiuiuiuiui. Und jetzt gehe ich erstmal hin und sammle die ganzen Informationen, habe mir Getränke besorgt, Chips knabbern, wer weiß, Nudelsuppe oder was auch immer. Und ich sammle jetzt erstmal die ganzen Infos. So, was eine Reise. Ich würde sagen, die letzten Stunden waren eine Achterbahn der Gefühle. Angefangen mit, man guckt zum ersten Mal diese Apple-Präsentation und ist mitgerissen, wie toll die gemacht ist und es löst natürlich ein Haben-Wollen aus. Dann fängt man an, Fragen zu stellen und liest sich ein und überlegt nochmal, wo sind die Unterschiede? Was kostet das alles? Was fällt auch weg? Was gibt es Neues dazu? Wie ist der Vergleich zu den Vorgängern? Und dann fängt man an, Zettel zusammenzuschreiben und, und, und. Und, und das gehen wir jetzt alles Schrittchen für Schrittchen der Reihe nach durch. Und bevor jetzt einer ruft, fault ihr, du brauchst den neuen Apple-Pencil Pro, weil du schreibst ja so gerne, warten wir mal ab. Aber der Reihe nach. Erstmal die Präsentation an sich war wieder gut gemacht, ging eine gute halbe Stunde, aber das Ding war halt einfach wieder ein Filmchen, das vorproduziert war. Bedeutet, der Tim, der hat seinen Teil am Montag gedreht, die anderen Dienstag bis Freitag und am Wochenende hat irgendjemand das auf irgendeinem Tablet zusammengeschnitten oder sowas. Tim kam raus oder stellte sich im Apple-Compos hin und sagte, good morning. Ja, passte, weil das war ja New York-Zeit, 10 Uhr morgens wurde das ja ausgestrahlt. Uh, ist jemandem aufgefallen, derjenige, der die Hauptarbeit geleistet hatte da vor Ort. Auf seiner Apple Watch stand die ganze Zeit 10 Uhr 9, also egal, wann es da zu sehen war. Witzig. Tim hat nochmal auf hingewiesen, wie toll die Apple Vision Pro ist. Ne, Porsche macht da jetzt, kann man Farben vom Porsche gucken, irgendein Arzt. Nein, der operiert damit nicht, aber der führt da Kontrolluntersuchungen durch und macht irgendwas. Da muss man immer genau hinhören, was Apple so zeigt und aber was sie wieder sagen und damit suggerieren. Das sind schon Unterschiede. Und dann das dritte Beispiel war dieser Regisseur, der da zu Hause sozusagen die Arbeit seiner Schneider kontrollierte, weil er sich den Film dann wie im Theater, wie im Kino angucken kann. Das ist natürlich ein schönes Beispiel. Gleichzeitig muss man ja sagen, Apple Vision Pro verkauft sich ja nicht so erwartet, wie erwartet in den USA. Bekommt man ja, die Ebay-Preise sind unter den Neupreisen. Und der Hype ist ja so ein bisschen abgeflacht. Auch nach über einem guten Jahr in Zusammenarbeit mit den vielen Entwicklern, die ja auch sich denken, was machen wir damit? Ist ja so ein richtiger, ne, dafür braucht man das Zeug. Case nutzen, ja immer noch nicht rübergekommen. Man munkelt übrigens, dass Apple inzwischen auch in Europa die Demos abhält, den Leuten diese Dinger zeigt und demonstriert. Das wird ja für einen baldigen Staat dafür sprechen, wenn die ersten Nasen da schon eingeweiht werden, damit rumspielen können und Sachen mitmachen können. Ist die Frage wann? Jetzt haben sie es nicht angekündigt. Vielleicht dann zu WWDC, dass sie sich dann hinstellen. Apple Vision Pro, jetzt auch in sieben weiteren Ländern oder sowas. Dann wurde gesagt, die MacBook Airs wurden ja schon vorgestellt. 13 und 15 Zoll sind die am besten weltweit verkauften Notebooks in ihren Größen. Ja, glaube ich. Selbst wenn man da bei Dell, Lenovo, HP die Unterdinger zusammenrechnen müsste, muss man ja Apple sagen, die Airs sind ja auch vernünftige Teile und verticken sich auch gut. Und was für eine hervorragende Überleitung, denn von den MacBook Airs hat Apple jetzt die neuen iPad Airs mit den M2-Prozessoren verkündet. Die Neuerungen halten sich meiner Meinung nach in Grenzen. Wenn man sich das anguckt, Vorgänger Air und jetzt Air, dann ist das von außen gleich geblieben, Displayhelligkeit gleich geblieben, all das, Akkulaufzeit gleich geblieben, Kameras gleich geblieben. Das, was sich wirklich getan hat, ist, unter der Haube werkelt jetzt nicht mehr der M1, sondern der Apple Silicon M2-Prozessor. Und der soll, was haben sie da gesagt, 50% oder 30% mehr CPU, 50% mehr GPU-Leistung, NPU, AI, was es da nicht alles gibt, kann das Ding dann einfach schneller, besser, toller. So, wunderbar. Und der neue Apple Pencil Pro funktioniert dann auch mit diesen Dingern, also mit den M2 Airs. Lob an Apple, die haben immer, wenn sie über AI gesprochen haben, auch mal Beispiele genannt, wo man einfach sieht, dass das nicht alles AI, Machine Learning, naja, objektbasiertes Berechnen, dass man einfach sieht, wenn ich ein Objekt versuche rauszulösen und rüberschiebe, das zählt die ganze Industrie ja auch schon unter AI. Okay, Objekterkennung, Hintergründe austauschen und sowas. Da sah man mal, wo andere immer diese Beispiele bringen, hey, wir machen seit fünf Jahren schon eine AI. Ja, aber da sieht man halt, was die Industrie inzwischen auch darunter versteht und wofür die diese Chips und diese Möglichkeiten auch hernehmen. Das zweite Highlight war ja im Endeffekt aber, dass die Airs nicht mehr ohne Netzteil kommen, dass die Aufkleber in den Boxen fehlt, dass es sie in vier Farben geben wird. Gut, helles Blau, was soll man sagen, helles Rosa, helles Gold und dann nochmal Schwarz. Ja, okay, dass sie ab 128 GB Speicherplatz starten. Das finde ich sehr gut, bis dann, also 128, 256, 512 und 1 TB in der Maximalversion. Ja, okay, nehmen wir alles mit, sondern dass es neben dem 11 Zoll Air auch ein 13 Zoll Air geben wird. Das bedeutet, wer ein großes iPad will, der muss jetzt nicht mehr nochmal, glaube ich, 600 Euro mehr ausgeben, um zur Pro-Version zu greifen, sondern da reichen auch nur 950 Euro für ein 13 Zoll Air-Tablet. Für 250 Euro weniger bekomme ich dann das 11 Zoll Ding. Dann kann man sich überlegen, lohnen sich diese 250 Euro mehr? Dafür bekommt man wirklich nur das größere Gerät. Nur das größere Gerät, das ist natürlich auch schwerer und hat das größere Display. Aber Akkulaufzeiten bleiben gleich, Prozessoren bleiben gleich, Kameras bleiben gleich, Anschlüsse bleiben gleich, Konnektivität und was wir da nicht alles haben, wo es sonst Unterschiede geben könnte. Alles gleich, ich zahle halt nur den Aufpreis, damit ich das größere Gerät habe, um dann halt besser schreiben zu können, einen besseren Überblick zu haben oder weil ich einfach das größere haben möchte, um das auch als Rechnerersatz zu sehen. Und ich glaube, da geht Apple langsam auch bei den Airs hin. Das ist halt nicht mehr das normale iPad zum Konsumieren. Die sehen Air und Pro ganz klar als MacBook-Ersatz. Etwas, was Apple früher gar nicht so häufig kommentiert hat oder wo die Apple hat es immer verstanden, die Produkte fein abzugrenzen. So nach dem Motto, guck mal alles, was du mit einer Apple Watch machen kannst. Da geht schon so viel, fast alles ohne iPhone. Aber du brauchst schon noch dein iPhone. Und guck mal hier das iPhone, kannst du so viel drauf machen. Aber zum besseren Produktivsein brauchst du ein iPad. Und guck mal hier dein iPad, aber um noch besser zu sein und noch mehr, brauchst du eigentlich ein Mac. Und diese Abgrenzung hatte keiner oder hat immer noch keiner so gut drauf wie Apple. Aber das bröckelt jetzt so langsam bei den iPads, dass man hingeht und er dann sagt, das ist ein vollwertiger Mac-Ersatz. Sie hatten ja wieder Beispiele gezeigt, wie man es irgendwo an Monitore anschließt mit dem Zubehör und, 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 und. Aber dazu kommen wir gleich noch, denn, ne, das waren die Unterschiede von dem Airs, ne, absolut, nur geht um die Größe. Und wenn man sich dann anguckt, was hat sich denn eigentlich vom Vorgänger, dem M1 zum M2 getan, bis auf die Performance, meiner Meinung nach gar nicht so viel. Und, was machen wir, sagen wir ehrlich, die M1-Performance wurde ja auch schon von vielen nicht ausgereizt, ne. So, und gab es dann irgendwie mehr Display, mehr Helligkeit, mehr OLED. Bekommen die erst 120 Hertz, ne, Bildwiederholrate, True Motion, nein, also, ne, wie heißt das, Motion, wir haben 60 Hertz Displaywiederholrate, nach wie vor. Und das für einen Einstiegspreis von, ich glaube, 650 Euro beim 11 Zoll Air. Das machen sie künstlich, das beschneiden sie künstlich damit, wenn man denn das so will, wenn man denn so Pro ist, dann muss man zu den Pros greifen. Und das war dann das Zweite, was sie vorgestellt haben, die neuen iPad Pros. Auch hier wieder, 11 Zoll Version und eine 13 Zoll Version. Ich glaube, die 11 Zoll hatten wir vorher auch schon seit einer genauen Zeit. Wenn man richtig rechnet, war, glaube ich, ist es das jetzt die, boah, fünfte Generation von den 11 Zoll Pros. Auch wenn wir davor natürlich schon 7,5 und 9,7 Pros hatten. Aber es ist jetzt die erste Generation von, glaube ich, den 13 Zoll Air Pros, weil ich glaube, davor hatten wir die ganze Zeit noch 12,9 Zoll. Aber sagen wir einfach die Pros mit M4 Prozessor. Denn das war die erste Neuerung. Sie haben jetzt den neuen M4 Chip. Zum ersten Mal gibt es den neuen Apple Silicon Chip halt in einem iPad und nicht in einem Mac. Und sie überspringen direkt von der M2, den M3 und gehen zur M4 Version. Denn die Pros davor hatten den M2 Chip. So, und was kann der M4 jetzt? Natürlich ist der auch wieder schneller. Ich glaube, auch wieder statt 5 Nanometer Verfahren 3 Nanometer Verfahren oder sowas. Und 30% mehr CPU-Leistung, 50% mehr GPU-Leistung. Je nachdem, was man sich anguckt, bis zu doppelt oder viermal so schnell in irgendwelchen Szenarien. Also auch hier wieder Power, Power, Power. Ja, Apple hat halt auch ein paar Videobeispiele, Multicam gezeigt, wie schnell sie dann mit ihren neuen Final Cut Tools Sachen bearbeiten können. Wie schön Games aussehen können, wie schnell irgendwelche AI-Features wieder rechnen können. Ja, 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 ja. Ja, aber da habe ich so meine Fragen, ob man da wirklich an die Belastbarkeit, ob man sowieso schon die Vorgänger ausgereizt hat. Gar keine Frage. Will man das? Ja, braucht man das? Wahrscheinlich eher nicht. Will man es trotzdem? Ja, in die Richtung geht das mit dem Zeug. Ganz klar, es ist wieder brachiale Performance. Aber das ist halt wieder das Schlimme. Apple macht seit sieben, acht, neun Jahren, sind die bei den iPads als Plattform und teilweise, wie sie es machen, unangefochtene Champions, was die Leistung angeht. Das heißt, wenn wir jetzt diesen M4-Chip haben, ist ja schön, irgendwann kriegen die auch die Max den. Irgendwann gibt es dann nochmal die Abstufung in Plus, Pro, Max, Ultra, was nicht alles. Wobei es diesmal auch wieder Abstufungen gibt, beziehungsweise Ausschussware. Denn es gibt auch bei den Pros vier Speicherversionen, 256 GB, 512, 1 TB und 2 TB. Die beiden unteren Speichergrößen kriegen nur M4s mit einem Leistungskern weniger. Bedeutet nicht zehn CPU-Kerne, sondern neun. Normalerweise sind die zehn aufgeteilt in vier Performance-Kerne, also richtig geile Leistungsdinger, wie wir die auch aus allen anderen ARM-Chip-Designs kennen. Und sechs Efficiency-Cores, also die mal noch schön besser leisten für Leistung pro Watt raushauen. So, und bei den, ne, mit den neun Kernen gibt es halt nur drei statt vier Efficiency-Cores. Mein Tipp bei sowas ist, hat Apple bei den Macs schon lange gemacht, dass man da einfach hingeht, die, sagen wir mal, Ausschusschips, die es ja bei der Chip-Produktion oft gibt. Nimmt man die einfach und packt die halt in die wenigeren Dinger. Wird man das merken? Boah, bestimmt in irgendwelchen Benchmarks, ne, da fällt das der eine Kur vielleicht auf, aber im Alltag, auch als Pro, wahrscheinlich nicht. Was eher auffallen dürfte, denn auch das war wieder so eine Kleinigkeit, die man erstmal rausfinden musste, der RAM-Unterschied. Ne, die kleineren Speichergrößen bei den Pros, die zwei kleineren, haben 8 GB RAM, genauso übrigens wie die Airs, die haben alle 8 GB RAM. Und die zwei größeren, 1 TB und 2 TB Speicherplatz, kommen direkt mit 16 GB RAM. Wo ich mir denke, alter Falter, 16 GB RAM, das musst du ja erstmal auf dem Schirm haben, weil ich denke mir, das, vergiss diesen eigenen Core. Aber doppelt so viel RAM, das sollte doch irgendwie dann doch einen Unterschied machen. Ne, also das wäre eigentlich eher das, worauf ich achten würde, wenn ich als Pro zum Pro greife, um damit dann viel sowas zu machen, also richtiges Pro-Zeug, dann muss ich schon mindestens für 1 TB greifen. Apple hat ja auch gesagt, das sind die iPad Pros für die richtigen Pros oder für Leute, die einfach das Beste haben wollen. Das finde ich schön, dass sie das einfach, die kennen ihre Kundschaft einfach, dass die Leute einfach sagen, ja, gib mir, nehme ich auch noch mit, 1000 Euro extra, nehme ich. So, aber jetzt kommen wir zum zweiten Highlight von den neuen Pros. Apple macht jetzt auch OLED-Displays. Aber natürlich kann Apple nicht einfach OLED-Displays sagen. Nein, sie haben ja OLED neu erfunden. Jetzt gibt es ja Tandem-OLED. Angeblich zweimal OLED übereinander, weil es anders von der Helligkeit nicht geht. Dann guckt man sich aber die Helligkeitswerte an von einem iPad Pro 15 Pro Max. Das hat auch im Standard eine Helligkeit 1000 Nits und in der Peak HDR-Brightness 1600, genau wie das, was Apple jetzt für die iPads angekündigt hat. Und dann drüber hinaus nochmal eine Außenspitzenhelligkeit von 2000 ohne Tandem-OLED. Also ich weiß es nicht, da bin ich mal sehr gespannt, was sich dabei rausstellt, wenn sich das einer mal genau anguckt, warum es dieses Tandem-OLED braucht, warum es nicht auch normales OLED tut. Gut, warten wir mal ab. Ich freue mich einfach, dass Apple da nochmal die Vorzüge von OLED aufgezeigt hat, von den Schwarzwerten, von den Farben, von Energie haben sie gar nicht so gesagt, von der Einsparung. Da hätte ich mir übrigens was Besseres gewünscht, denn die haben alle nach wie vor die iPads 10 Stunden, die Apple so standardmäßig angibt. Wundert mich, dass sie da nicht mehr rausholen. Und noch die Latenz war das Nächste. Aber diese OLED-Displays, nach wie vor 120 Hertz, keine Aussage, glaube ich, zur LTPO-Fähigkeit. Da habe ich nichts gefunden. Muss man dann erstmal gucken, wenn man die Dinger dann kaufen kann. Übrigens, die Dinger sind ab sofort, seit gestern übrigens, bestellbar. Und nächste Woche 15. kriegt man die dann in die Pfoten. So, da muss man dann erstmal gucken, wie gut die Dinger dann von der Performance und sowas dann abschneiden an der Stelle. Ansonsten kriegen die iPads, wobei die Pros hatten schon, WiFi 6i, also 6 GHz Band und die Airs haben es jetzt auch dazu bekommen. Aber machen wir erstmal die Reihenfolge, was Apple danach vorgestellt hat. Kurze Worte zu iPadOS, wo es einfach nur hieß, ihr kriegt, was war das denn, irgendwie ein bisschen mehr LM-Core-Zugriff. Ihr könnt auf einigen Sachen besser am externen Monitor was anstellen. Und irgendwas, irgendwas, irgendwas war es dann noch. Irgendwie, ja, die Color-Einstellungen, dass die nochmal besser, aber da hatten sie nichts. Bei iPadOS, nee, vor allem, das heben sie sich wahrscheinlich, wenn irgendwas noch Gescheites kommt, eher für die WWDC auf. Dann haben sie Final Cut angesprochen und Logic Pro. Final Cut jetzt noch mehr Funktionen, noch schneller, Multi-Live-Multicam-Unterstützung. Es gibt dafür wieder eine neue App, dass ich dann mit einem iPad mehrere iPhones als Kamera benutzen kann und da das Live-Bild rüber streamen kann. Ja, bei der Kamera übrigens an sich, gut, ich habe jetzt hier ja keins von den neuen Pros. Ganz kurz erwähnt, hier guckt mal, wie toll die Hauptkamera auf der Rückseite ist. Und was nehmen sie dann als Beispiel? Nicht, dass man damit Fotos machen kann oder Videos toll machen soll. Nee, 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 sondern wie gut ich damit ein Dokument einscanne und dass der Blitz dann da vier Fotos machen kann und die Schatten auffällen kann. Da merkt man halt auch Kamera, also auch so oft ich es gemacht habe, aber auch Apple merkt so langsam, die Leute sollen mit ihren tollen iPhones fotografieren und dann die Bildbearbeitung und so auf ihrem iPad machen. Kauft beides. Sie haben sogar bei den Pros jetzt die Weitwinkelkamera gestrichen. Dazu auch kein Wort, das fällt mein Feature weg und dann so hu 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 hu. Ach ja, machen wir die Unterschiede bei den Airs dann auch gleich, denn auch bei den Airs ist die Frontkamera an die Horizontale gewandert, was natürlich für Videocalls deutlich, deutlich besser ist. So, kommen wir noch zu den Zubehördingern. Es gibt neue Magic Keyboards, klar, okay, brauche ich. Bei den Pros, komplett neu, gibt es jetzt auch noch mit einer Funktionsreihe. Das, was die ganzen Drittanbieter, Zubehörhersteller, Logitech von Anfang an hatten, kann jetzt auch Apple. Was cooler ist, diese Magic Keyboard Dinger sind leichter und dünner geworden, aber auch, was soll man sagen, haben jetzt auch teilweise haptisches Feedback und die Handballenauflage, der obere Teil, Sekunde mal, wo habe ich es denn hier? Hier liegt noch ein Vorgänger, haben sie jetzt nicht mehr hier so aus diesem Gummizeugs da, sondern mit einer Aluminiumoberfläche, was sich deutlich mehr nach MacBook anfühlen soll. Finde ich sehr spannend, bin ich mal gespannt. Die Dinger kosten auch wieder größenunabhängig, ich glaube 350 und 400, ja doch 350 und 400 Euro, je nachdem ob 11 oder 13 Zoll. Die Vorgänger passen meiner Meinung nach nicht, weil die iPads ja sich noch total verändert haben. Ach ja, und das war das dritte Feature nach dem neuen M4 Prozessor und dem OLED-Displays. Die sind deutlich dünner geworden und auch leichter. Bei dem leichteren, sehr schön, vor allem sind die Pros jetzt leichter als die Airs und sie haben es geschafft. Da muss ich ja sagen, Apple war bei der Performance und bei der Software unangefochten seit acht Jahren führend. Aber bei der Sexiness, da haben wir die Samsung S8, S9 Tab Ultras vor allem oder auch Huawei, was sie letztens mit ihrem 11,2 ProMate rausgebracht haben. Die Dinger sind dünn, OLED-Displays und sexy. Und genau das hat sich Apple jetzt zu Herzen genommen und hat die neuen iPad Pros dünner und leichter gemacht. Und vor allem, die Dinger sind, glaube ich, 5,5 Millimeter dick und die anderen sind, da ist das 11er dicker als das 13er Pro, 5,3 Millimeter. Und dann das 13er Pro, 5,1 Millimeter. Also nochmal dünner. Und in Kombination soll das dann, ich habe leider kein Gewicht gefunden zum neuen Tastatur-Cases. Das sollte dann hoffentlich auch leichter geworden sein, dass man vielleicht unter 900 Gramm bleibt. Auf jeden Fall unter einem Kilo, das wäre sehr zu wünschen übrig. Weil bisher war es ja so, die iPad Pro Nutzer mit so einem Magic Keyboard wissen es, wenn man beides zusammennimmt, alter Falter, denkt man sich, da hätte ich jetzt auch ein MacBook mitnehmen können. Vielleicht würde es jetzt tuffig leicht. Die Folios werden übrigens eingestellt, aber dazu kommen wir gleich noch. Also, das sind die Keyboards oder die Magic Keyboards, die gibt es auch in Schwarz und Weiß wieder. Yippie, yay, yay. Und dann kommen wir noch zum Apple Pencil Pro. Kann ich jetzt auch drücken, hat auch jetzt haptisches Feedback. Ich habe eine Rotationserkennung, wo ich mehr Funktionen mit, je nachdem, was Pinselstriche und sowas angeht. Oder ich benutze es in anderen Apps, um mir Menüs anzuzeigen, um das schnell zu wechseln. Also viel für die Pro-Grafiker. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ich glaube, nichts nervt dir, als immer da zu ihren Tools hin und her zu wechseln. Wenn ich das jetzt irgendwie, wie auch immer, im Schwebemodus oder einfach so schneller tauschen kann mit Doppeltab und Einfachtab, sollte das doch ein Vergnügen sein. Der neue Stift kostet 150 Euro. Der arbeitet nur mit den neuen Pros und nur mit dem M2 erst zusammen. Und ich glaube, irgendwann stiften, da kann ich noch den alten mit USB-C. Der arbeitet mit allen, aber der Apple Pencil Generation 2 jetzt nicht mit den neuen. Total verwirrend, total verwirrend. So, und dann kommen wir dazu noch den ganzen Unterschieden, die ich noch habe. Wer sich jetzt fragt, R oder Pro, unabhängig davon, dass die Pros, wo war der Einstiegspreis von den Pros? Basis 11 Zoll Pro, 1200 Euro. Basis 13 Zoll Pro, was habe ich hier geschrieben? 1549 Euro. Boah, da sieht man wieder, wie dann 950 Euro oder so fürs 13 R attraktiv sein können. Aber da habe ich natürlich kein OLED-Display, nicht so dünn, nicht den M4, sondern M2. Apple macht das wieder schon schön, dass man sich denkt, ich will die 120 Hz OLED-Display haben. So, das dann zu den Preisen. Aber jetzt kommen wir noch zu den Unterschieden. Weil ich meinte ja eingangs schon zu dem M1R zum M2R hat sich nicht wirklich so viel getan. Da ist das Interessante das 13er. Und wer sich jetzt fragt, ja doch, aber ich will jetzt vielleicht ein neues, brauche ich jetzt das R oder nehme ich das Pro? Gehen wir es ganz kurz durch. Die Airs haben nur USB-C. Die Pros haben Thunderbolt 3 oder beziehungsweise USB 4 als Anschluss. Beide der Wi-Fi 6i hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Die Pros haben Entsperren mit Face-ID. Die Airs haben nur Touch-ID, also den Fingerabdrucksensor an der Seite in An- und Aus-Taste. M2, M3 hatten wir ja schon erwähnt. Die Airs haben Stereo-Lautsprecher, zwei Stück also. Und die Pros haben vier Lautsprecher. Gleiches gilt bei den Mikros. Die Airs haben zwei Mikros. Die Pros haben vier Mikros. Fun Fact. Die Pros-Vorgängergeneration hatte sogar noch fünf Mikrofone. Dann die Speichergrößen hatten wir ja gesagt. 128 GB Einstiegsgröße bis 1 TB. Und bei den Pros 256 bis 2 TB. Jeweils saftige Aufpreise. Bei den RAMs, unteren Versionen, also alle Airs, 8 GB RAM. 8 GB RAM bei den zwei unteren Speichergrößen. Bei den Pros und dann 16 GB RAM bei den größeren Speichergrößen. Und die Pros haben noch den LIDAR auf der Rückseite. Unseren Laserscanner, den ich jetzt hier gerade nicht in die Hand halte. Ach, da hinten liegt das andere Pro. Hätte ich ja auch mal hochhalten können. So, das dazu zu den Hardware-Dingern. Ich finde, es ist ein deutlicher Unter... Die Pros haben deutlich mehr Liebe bekommen. Eher einfach neuer Chip. Und hier habt ihr eine 13 Zoll Version. Und die Pros ist jetzt... Schwarz, schweineteuer, aber... Was haben wir sonst noch an Fun Facts? Ach ja, die eSIMs. eSIM-Version gibt es nach wie vor. Oder SIM-Version oder Cellular-Version. Aber nur noch als eSIM. Nicht mehr als physische Nano-SIM-Karte zum Reinschieben. Preise sind übrigens gleich geblieben. Das Smart Cover Folio. Ohne Trackpad gibt es nicht mehr. Ist aus dem Programm geflogen. Ebenso das iPad der neunten Generation. Das, was ich ja so als Preis-Leistungs-Ding immer noch hochgehalten habe von früher. Das Zehner bleibt erhalten. Ist jetzt günstiger geworden. Startet jetzt bei 429 Euro. In den Boxen von den iPads sind weder Ladegeräte, was ich für die Preise echt teilweise unverschämt finde. Ja, Umweltschutz, aber nein. Und keine Aufkleber. Finde ich persönlich doof. Ganz ehrlich doof. Aber wahrscheinlich wieder Umweltschutz. Dafür haben die Nano-Textile... Ach, die größeren Dinge habe ich noch vergessen. Was können die großen Speicherversionen bei den Pro-Tablets? Oder bei den Pro-iPads? Da kann ich nochmal, ich glaube, 150 Euro Aufpreis zahlen und kriege eine Nano-Texture, die dazu führen soll, dass ich deutlich weniger Reflektionen habe. Soll nicht ganz wie ein mattes Display. Wirkt teilweise wie ein mattes Display statt Glossy. Aber da denke ich mir auch, warum brauche ich für dieses Display, für diese Nano-Texture-Display-Dinger mindestens, kann ja nichts anderes sein, mindestens 512 GB Speicherplatz oder 16 GB RAM? Wo ich mir denke, was hat der Speicher mit dem Display zu tun? Nichts natürlich. Das ist einfach Apple, die sagen, nee, wenn ihr dieses geile Feature wollt, weil ihr das Ding als Professional draußen nutzen wollt und wenig Reflektionen haben wollt, dann kauft gefälligst nicht nur den Aufpreis, sondern auch die großen Speichergrößen. Apple. Nee, also echt nicht. Das dazu. Ach ja, Blitz von der Kamera haben nur die Pros. Die anderen, Moment, habe ich das jetzt richtig? Nee, die hatten nur diesen True Tone, True Multistufenblitz oder sowas. Weitwinkel ist rausgefuhlen und die Schuhe von Tim könnt ihr nicht kaufen. Tims Schuhe waren so Nike-Schuhe, waren doch für keins so nach dem Motto. So, und jetzt bin ich alles einmal durchgegangen. Kann ja auch nochmal gucken. Nano-Textured-Kamera. Nein, verschiedene Verpackungen. Ach ja, und der Apple Pencil Pro gibt es in fünf verschiedenen Verpackungen. Welche man Design-Verpackungen dann bekommt, ist aber rein zufällig. So, ich habe bestimmt noch was vergessen. Was ich nicht vergessen habe, ist gestern direkt vorzubestellen, in heller Panik, dass ich was verpasse. Ich habe beides in den kleinen Größen bestellt. Nachdenken. A, erst mal gucken, was die Dinger taugen. Mal gucken, wie die Performance von den Dingern ist. Und dann möchte ich gerade bei dem Pro doch erst mal dieses Nano-Texture doch in Natura sehen, ob es mich dann doch so wieder reizt und vor allem, wie schwer das die Kombination mit dem neuen Keyboard sein wird. Bei den Elvern weiß ich es. Wie gesagt, ich habe jetzt beide Basis-Versionen vom Elver in Blau und das Große dann in Silber, aber mit dem schwarzen Case. Genau, und natürlich den Apple Pencil Pro auch noch. Das ist so das, worauf man sich ab nächster Woche freuen darf, worauf ich ein Auge werfen habe. Gucken wir mal. Ich bin übrigens sehr gespannt, warum Apple das jetzt macht, nicht schon einen Monat vorher oder warum nicht erst zu WWDC, wo da dann das Augenmerk drauf liegen wird. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall trotzdem, auch wenn es nur ein vorgefertigtes Video war, das 13er Air und die neuen Pros löst schon teilweise Habenfaktor aus, aber man muss auch hingucken, was neu ist. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.